holy shit wir sind wieder hier mit kratos im totenreich im hades hier und wir haben die power abgezogen bekommen da ist nix gut da ist nix gut und wir müssen jetzt uns hier aus der hölle schlagen und ich habe gelernt wie man eine foto mode hinbekommt das nämlich ganz ganz tricky okay pass auf ich gehe erst mal hier lang hallo alle von einem ächzen hier ja gut das halt dass sie passiert das ist einfach nie passiert manchmal ganz unwitz manchmal ist die ein bisschen behäbig jetzt wären es okay hier wollte ich hin wie sage ich hier ausgabe weiter spart das armee eine schützende vor langs aus schilden und sperren und errichtet welche die gegner zurücktreibt sehr geil sehr geil so geht's ab so geht's ab okay konnte ich aber eben nicht machen als ich meine power hatte also zumindest wurde sie nicht eingeblendet okay ich frage mich gerade ob man hier weiter muss weil okay eigentlich wollte ich nicht woanders sind dann ich glaube ich gehe mal kurz zurück und zwar könnte man hinten auch noch weiter gehen diese kamera ist unglaublich ohne witz die kamera du kannst sie nicht ja ich will die kamera bewegen man ich will ich habe ich habe hier noch einen weg offen okay okay ja sorry aber das ist das spiel ist so unglaublich gut wie so genauso wie beim shadow of the colossus remake okay ich bin hier ich dachte hier ging es eigentlich weiter aber tut es daran ich bin deswegen und ich bin nur hinten weil guck mal was man hier alles bekommt für geile goodies so wenn ich wenigstens der foto hallo den foto modus für ein paar haben wir jetzt benutzen das hier was denkt okay dann geht's zurück fucking serious man ganz im ernst die steuerung ist also ja es geht die steuerung ist ein bisschen behäbig okay dann bin ich wieder ich muss da wenn wir dran springen war die auch manchmal aber so aufnahmesessions da jetzt läuft einfach alles schief ohne witz wird eigentlich aufhören glaube ich schneller tritt weiter schlag okay okay rapier was da jetzt wenn man neues spiel an spielt dann ist man spielt so viele spieler jeweils die steuerung anders jedes mal ist die steuerung anders dreh dich doch bitte dann musst du dir rein fuchsen das war das ja gegner packen ah ja okay komm her der dreht sich nicht um okay boom boom voll in die fresse rein gut äh ich hoffe wir sind hier jetzt durch alright äh R1 okay gut pass auf was haben wir hier Notiz einer gequälten Seele diese erdrückende Dunkelheit ist kein Ort für eine zarte Blume heute werde ich mich Hades anschließen müssen doch ich schwöre bei morgen ich werde diesen widerlichen Ort mit dir verlassen nichts wird mich von dir fernhalten geliebte Persephone ne Peri was Peritus Peritus okay der Arme so hier ah warte mal warte mal äh grün war Leben blaue Mana ne grün so und das sind alles mögliche hier glaube ich ja so ein bunter so ein bunter Mix okay so was haben wir hier einfach runter viel Truhen hier aber die Dinger die brauche ich auch äh bis zum geht nicht mehr okay R1 jawoll oh ja 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 äh ha 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 jesus christ jesus christ so hier doch wieder mal äh einen Screenshot gemacht äh wow okay Alter die haut doch mal rein hier die haut doch mal rein hab ich noch Ruhe ey da 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 nein nicht den ha 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 okay die trotzdem tot ne noch nicht doch ist die nicht mal wieder äh kann ich die nicht wieder äh äh ha 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 jesus christ lass mich in Ruhe ey ja ich weiß danke Alter hä oh gerade gibt's hier aber engen hier sind so viele Gegner warte mal oh oh mein Gott oh mein Gott oh jetzt, 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 jetzt jetzt, jetzt, jetzt mal die Quicktime Events, Alter oh, yeah oh, yeah Gruppe los Dorgonenthauptung Das abtreppen von Dorgonenköpfen bringt immer Magie Orbs und versteigerte Gegnern an Komposes in der Nähe. Okay, okay. Übrigens, ich wundere, wenn ich immer wieder mal einen kleinen Cut mache, beziehungsweise, ich mach da, ich hatte eben eine Blende rein, aber ich mach halt immer wieder den Fotomodus bei solchen Gefechten. Der ist doch schon ganz geil. Ich hoffe, man verzeiht mir. Geil, Alter. Okay, was haben wir hier? Geh raus. Jawohl. Alright. Ich brauch ein bisschen Leben. Finde ich schlecht hier. Ja, aber ich erinnere mich dran, dass God of War immer so ein bisschen schwerer war. Also nicht nur, was die Kamera und so angeht, das sowieso. Aber ja. Okay. Aber man kriegt immer fairerweise so viele von diesen Orbs hier und so. Das ist doch schon mal ganz gut. So, jetzt mal kurz, hier geht's das hier. Ich werde hier heute vorbei. Warte mal, wie kam ich denn vorbei hier? R1. Zweige versperren den Pfad. Ein Durchkommen ist jetzt nicht möglich. Ich weiß nicht, Zweige. Kratos. Der Typ, der rasiert Titanen. Titanen rasiert. Der rasiert Götter. Aber Zweige sind natürlich ein bisschen zu hart. Oh boy. Okay. Natürlich Zauberzweige. Ich habe genug, Spartan. Hades. Er hat mich zu diesem eternen Torscher. Meine Präzion von Tindern. Aber jetzt, dass du hier bist, du kannst mich frei. Alles, was ich lefte, ist mein Böbel. Ja, Präzion von Tindern, das kennen manche Leute bestimmt sicher nur zu gut. Ähm, okay. Wie befreie ich den denn? Hier komme ich nicht weiter, ne? Bin ich hier irgendwie drauf? Könnte ich irgendwas machen? Okay, hier komme ich auf jeden Fall drauf. Was ist denn hier oben? Close? Die Klappe, eh? Es war doch richtig, oder nicht? Du Shut, shut it. Hä, wie komme ich hoch? Okay. Hm. Ja, bleib mal locker. Bleib mal locker hier. Äh, was können wir denn machen? Ne, okay. Äh, gut. Wir müssen auf jeden Fall irgendwas hier machen mit dem Ding. Ah, die Kamera. Ich will die Kamera bewegen, ey. Das ist No-Go. Man kann die Kamera doch nie, niemals in einer fixen Position machen. Das ist einfach ein No-Go. Ich glaube, ich muss schnell sein, oder? Ja, ja, ja. Oh, danke Gott. Typ, weißt du? Voll am, am Leiden, der Junge. Äh, was haben wir hier? R1. Was? Die leicht entzündlich sind. Okay, können wir die hier runterschubsen. Vielleicht, wir können durch Tritte, äh, gedrückt halten. Hä? Äh, achso. Achso. Prage. Wie mache ich das denn jetzt? Ähm. Das Ding muss entzündet werden, ne? Äh, hier ist doch Feuer, oder? War das nicht so? Genau, warte mal. Hier so, hier runter. Und. Diese Puzzle-Einlagen finde ich eigentlich immer ganz, äh, nett in dem Spiel. Ah, die Klappe. Der alte Sack. So, haben wir was? Äh, nein, nein, ich will hier runter. Hä? Die Gäste waren recht, dich zu kursen. Was macht ihr jetzt? Ist es doch... Ist es nicht am, am Brennen jetzt, oder was? Frage ist, äh, wo muss das hin? Ist es nicht schon am Brennen gewesen? Keine Ahnung, ich probiere es nochmal weiter. Ähm. Was sind die Hände? Ah. Ich denke, ich kann es Luft und Gedück halten, um nach oben zu fliegen. Okay, und jetzt? Ding ist... Ah, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Okay, okay, okay. Ich habe verstanden. Ja, keine Ahnung, die erwarte ich noch ein bisschen mit. Ich habe, äh, momentan Full. Full AP und so. Komm, komm hoch. Egal. Geh hoch. Ach, ne, das muss ja ganz runter, ne? Boah, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Hallo? Ich bin gerade ein bisschen, äh... durch den Wind. Das muss ganz runter. Jetzt geht das da oben auf und dann muss ich schnell laufen. Ich nehme an, so. Scheiße, wie das überhaupt... Äh... Okay. Geht's aber. Oh, Servus. What up, my man? Ist nur ein ganz liebes Doggy. Hu, 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 hu. Äh, haha. Joa, hier, los. Shit. Ja, 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 ja. Boah, diese blöden Quick-Time-Vents. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Flammen, oh, dem hier. Gib ihm, Alter. Gib ihm. Hu. Ich habe viel zu leben. Jesus, geil. Okay. So. Können wir die jetzt kaputt machen damit? Komm her, hier. Ha, 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 ha. Ja, das war's, ne? Das war's dann mal. Ja. Mit dem armen Hundi auch. Was drauf. Tja, tut mir leid. Dein Bogen nehme ich natürlich trotzdem. Ein Feuerbogen, der einst dem Gott Apollo gehörte. Jetzt ist es weiter. Jetzt. Warte. Warte. Hä? Keine Ahnung, mit dem Bogen ist dumm. Der Gelb begann das in irgendwas. Gegenstands Anzeige. Daneben. Alright. So, pass auf. Jetzt können wir doch, äh... Warte mal. Okay. Okay. Ach so. Man kann richtig schnell schießen damit. Gut. Boom, boom. Äh, ich muss noch mal kurz nach... Ja, genau. Da wollte ich hin. Äh, sprich, hier geht's auch gar nicht weiter, oder? Warte mal, hier oben sind auch noch welche. Ähm. Hä? Ich dachte, ich könnte den, äh... Kaputthauen. Ah. I.C. Frage. Wie, ähm... Komme ich hier irgendwie hoch? Hier ist immer noch so ein Ding, ne? Das brennt ja jetzt. Warte mal. Ah, hallo. Äh... Will er nicht hier hoch damit? Okay. Das ist natürlich doof. Shit. Äh, ich würde ganz gerne hoch. Ganz ernst. Hier gibt es da bestimmt irgendwas drin, oder? Ah. Will ich hier nicht hochkommen, dann... Come on. Ich will hier drauf. Bitte da drauf. Alter. Ja. Warte mal, ich probiere hier mal ein bisschen rum kurz. Na ja, irgendwie kam ich hier nicht weiter. Keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall kann ich jetzt, äh, hier lang. L2 und, äh... Ja. Hier machen wir die Dinger kaputt. So, hier haben wir ein Save-Point. Und ich würde sagen, ich mach die, äh... Wende mal wieder die Session. So, ja, ich muss hier ein bisschen, ein bisschen in die Steuerung reinkommen. Ähm, ich glaube, das wird nach ein paar Episoden kein Problem sein. Aber wenn man immer so viele Spiele spielt, weißt du, dann... Dann ist das immer so ein bisschen kritisch. In der nächsten Folge machen wir hier auf jeden Fall weiter. Und, äh, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, macht's gut. Ciao, ciao. Ihr son has returned. You have disrespected the gods for the last time, Krasio. I will have my revenge.